Wenn du weitsichtig bist und wissen möchtest, ob Augentraining auch bei dir funktioniert, dann bleib unbedingt dran. Ich möchte dir heute verraten in diesem kurzen Video, wie du deine Sehschwäche schnell und effektiv verbessern kannst. Weitsichtig bist du, wenn du in der Ferne noch gestochen scharf sehen kannst, aber alles im Nahbereich langsam beginnt zu verschwimmen oder vielleicht auch schon direkt unscharf ist. Ganz einfach lässt sich das mit folgenden Maßnahmen herausfinden. Dazu nehme ich immer ganz gerne einen Stift. Du kannst aber natürlich auch was anderes nehmen. Wichtig ist eigentlich nur, dass hier ein kleiner Text drauf ist. Und diesen Text müssen wir eben entsprechend fokussieren. Ich mache das jetzt mal vor. Ich strecke meinen Arm aus. Wenn ich weitsichtig bin, kann ich ja diesen Text hervorragend erkennen. Und jetzt bewege ich den Stift immer näher Richtung Nasenspitze. Und ab irgendeinem Punkt wird es dann unscharf. Sagen wir mal, hier ist der Punkt unscharf, sehe ich diesen Text hier nicht mehr. Dann bewege ich den Stift wieder in die Ausgangsposition und gehe dann wieder Richtung Nasenspitze. Und das wiederhole ich jetzt ein, zwei Mal. Und du wirst schon merken, wenn du das jetzt mit mir gemeinsam machst, dass wir unseren Stift immer näher an unseren Gesicht heranholen können, weil unser Auge eben schon wieder jetzt den Moment unseren Nahbereich besser fokussieren kann. Und je häufiger wir das machen, desto mehr schärfer wird einfach der Stift. Und so schnell und einfach kannst du deine Sehschwäche und deine Weitsichtigkeit verbessern und trainieren. Wenn dich das interessiert, wie das genau im Einzelnen funktioniert, wenn du eine wirkliche Schritt-für-Schritt-Einleitung haben möchtest, wenn du noch weitere Tipps und Tricks haben möchtest, dann lade ich dich recht herzlich zu meinem kostenlosen Workshop ein. Den halte ich regelmäßig ab. Dazu einfach unterhalb des Videos mal klicken. Dort kannst du dich kostenfrei anmelden. Wie gesagt, das Ganze dauert so zwischen 60 bis 90 Minuten. Das ist mal ein bisschen unterschiedlich. Und dort kannst du, wie gesagt, ganz viele neue Tipps und Tricks kennenlernen und natürlich auch dadurch deine Sehschwäche weg trainieren. Es würde mich sehr, sehr freuen, dich dort wiederzusehen. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.